Hallo, heute ist Donnerstag, der 22. August 2024. Laut der Berichtheit von Websites wie www.tidico.org und www.wch.com möchte die Nachrichten Ihnen sagen, büffere die neuen Personen von Investitionen in Bundesstaat Vettemann der Freien Staaten von Amerika, die den Handel eines Zentrum Killingtonski Resorts in Bundesstaat Vettemann besitzen werden. Es ist der Handel dieser Zentrum Killingtonski Resorts in der Stadt Killingtons der Bundesstaat Vettemann der Freien Staaten von Amerika, ein Zentrum mit der natürlichen Umwärten für die Aktivität Ski Laufen gehen, in dem die Leute für diese Aktivität bezahlen können.